Es ist auch typisch, dass in dem gesamten Abschnitt über Familienpolitik nirgendwo im Zusammenhang von Vater und Mutter gesprochen wird. Das heißt, man will ein Familienbild haben, was seinem biologischen Ursprung praktisch entfremdet ist. Und genau zu dieser Biologiefeindlichkeit, die die Ampelregierung oder die Texte der Ampelregierung prägt, gehört ja auch ein anderer Fall, der schon fast ins komische Fach gehört. Nämlich, dort steht im Ernst, dass letztlich die Politik das friedliche Zusammenleben von Wolf, Mensch und Weidetier fördern soll. Also wie das nun funktionieren soll, weiß ich nicht. Wir haben eine Katze. Katzen fangen Mäuse. Gerade ehe sie kamen, lief unser Kater mit einer Maus im Mund rum, die wild vor sich hin zappelte und mir sehr leid tat. Aber das ist nun mal sein Kater sein. Man wird Wölfe nie daran hindern können, das Schafe zu schlagen, wenn die Möglichkeit besteht, und eine Welt, in der Wolf und Schaf friedlich nebeneinander leben, wie es die Ampelregierung erfordert, ist eben nicht von dieser Welt. Heute spreche ich mit Thilo Sarrazin über sein neuestes Buch, die Vernunft und ihre Feinde. Herr Sarrazin bedarf keiner langen Vorstellung, deswegen, Herr Sarrazin, komme ich gleich zu einer Frage, die mir kam, als ich den Titel gelesen habe. Die Vernunft und ihre Feinde, die Vernunft, das klingt doch so gut, so positiv, warum sollte die Vernunft überhaupt irgendwelche Feinde haben? Und wer sind Ihrer Ansicht nach diese Feinde? Ja, die Vernunft ist immer dann am Ruder, wenn ich mir die Welt anschaue, wie sie ist, und versuche, an der Welt entlang, wie sie ist, mir meine Meinungen und Urteile zu bilden. Denn sobald ich mit der vorgefassten Meinungen an die Welt gehe, bin ich in Gefahr, letztlich auf Abwege zu geraten. Und diese Abwege sind zumeist Ideologien. Eine Ideologie ist ein Denkstil, den ich habe und den ich auf die Welt anwende, unabhängig davon, ob es passt oder nicht. Zum Beispiel ein Marxist sieht überall das Wirken des Kapitals und die Ausbeutung der Arbeiter. Ein Idealist, der an die Gleichheit der Menschen glaubt, sieht überall soziale Ungerechtigkeiten. Ein Impfgegner sieht überall Risiken des Impfens, nicht aber seine Chancen. Und all das sind ideologische Ansätze, die dazu führen, dass man die Welt einseitig sieht, am Ende zu unvernünftigen oder zu vernunftwidrigen Urteilen kommt und auch dann selber vernunftwidrig handelt. Und wenn jetzt Ideologien eine der ganzen Gesellschaft ergreifen, dann kann dies absolut in der gefährlichen Irrwege führen. Zum Beispiel jetzt im Augenblick in Russland ist offenbar die Ideologie erstens, die Ukraine ist ein Teil von Großrussland, also ein Teil von uns. Sie muss also auch wieder zurückkommen. Und zweitens in der Ukraine herrschen Nazis, was immer Nazis jetzt in russischer Definition sind. Dies ist eine ideologische Art, die der Ukraine zu sehen und führt letztlich in diesen Krieg, den wir im Augenblick haben. Nicht immer ist es so, wenn jemand sich jetzt nicht impfen lassen will, dann stirbt er vielleicht an Corona oder seine Kinder, wenn sie nicht gegen Masern geimpft werden können, auch gefährdet sein. Aber das sind dann individuelle Dinge. Aber immer da, wo ich ideologisch an Fragen rangehe, da gefährde ich die Vernunft und gefährde damit dann nicht nur mich, sondern eben auch die Gesellschaft, wenn dies um sich greift. Bei der Lektüre des Buches haben wir häufiger den Begriff rationales Denken gelesen. Und Sie stellen ja quasi das rationale Denken gegenüber dem ideologischen Denken. Also das rationale Denken ist das Gute, wo man auf Zahlen, Daten, Fakten schaut und daraus Schlüsse entstehen. Und das ideologische, was Sie auch gerade beschrieben haben, das ist das leicht verzerrte Denken, wo ganz bestimmte Anschauungen immer richtig sind, die man nicht anzweifelt und wo man die passenden Argumente sich aus dem Internet oder sonst wo zusammen reimt. Und ich habe da eine philosophische Frage. Und zwar, ist rationales Denken eigentlich ohne ideologisches Denken überhaupt möglich? Oder steckt vielleicht hinter jedem Denken eine gewisse Ideologie dahinter? Das ist in der Tat interessant. Und man muss letztlich, ideologiefreies Denken ist kein hinterstandpunktfreies Denken. Das heißt, ich kann immer nur denken von einem gewissen Standpunkt aus. Zum Beispiel finde ich es meinetwegen ungerecht, dass die Einkommen der Menschen da so ungleich verteilt sind. Und dann frage ich, wie hängen eigentlich Einkommen und Leistungen miteinander zusammen? Das kann man untersuchen und das ist mein Standpunkt. Wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass Einkommen und Leistungen teilweise in der Tat miteinander zusammenhängen, dass aber insbesondere eine Gesellschaft, welche letztlich Einkommen im Übermaß regulieren will, dann wiederum leistungsfeindliche Konsequenzen für die Gesellschaft hat, dann bin ich dann schon irgendwo näher dran an der Wirklichkeit. Aber natürlich kann man darüber dann legitimerweise unterschiedlicher Meinung sein. Ein Ideologe ist der, der sagt, der Umstand, dass X und Y unterschiedlich verdienen, ist als solcher ungerecht. Das ist ein Ideologe. Und der Ideologe ist auch der, alle Einkommensunterschiede werden ja vom Markt hergestellt und sind deshalb per se gerecht. Beides als absoluter Standpunkt ist ideologisch und das spiegelt die Wirklichkeit nicht wider. Die Wirklichkeit ist immer in sich widersprüchlich und sie ist auch widerspenstig. Aber wenn ich zur Wirklichkeit Aussagen machen will, muss ich mich eben mit ihren Daten und mit ihren Fakten befassen und muss dann auch bereit sein, meinen eigenen Standpunkt, meine eigene Arbeitsposition, mit der ich an eine Frage rangehe, dann auch zu hinterfragen. Ich nehme mal Ihr Beispiel mit der Leistung, die manchmal honoriert wird und von einigen Parteien auch gerne das Gleichmachen bevorzugt wird als Ideologie. Also Marxisten, Linke wünschen sich ja Equality of Outcome, dass also alle Menschen ungefähr unabhängig von der Leistung das Gleiche auch erhalten werden. Nun argumentieren aber Marxisten manchmal auch clever und sagen, Leistung ist zwar unterschiedlich bei den Menschen, also X und Y leisten unterschiedlich viel, aber das liegt an genetischen Faktoren, wie zum Beispiel erstens dem IQ. Ich glaube, wir beide wissen ja, je mehr IQ tendenziell, desto größer die Leistung. Nur ist der Intelligenzquotient natürlich vor allem erblich bedingt. Und das Zweite ist, Leistung hängt auch mit einem Persönlichkeitsmerkmal zusammen, der Gewissenhaftigkeit heißt, also nach diesem Ocean-Modell Conscientiousness. Und da sagen kluge Marxisten auch, naja, Gewissenhaftigkeit als Persönlichkeitsmerkmal ist wiederum erblich bedingt. Das heißt, kluge Marxisten würden zum Beispiel sagen, wir sind eigentlich sehr vernünftig, wir wollen die Gleichheit der Ergebnisse, weil die Dinge, die angelegt sind in einem leistungsstarken X, im Grunde gar nicht seine Leistungen sind, sondern durch die genetische Lotterie hergebracht wurden. Und das wird dann wiederum interessant, wo Sie also Marxisten als Ideologen darstellen, versuchen kluge, argumentationsstarke Marxisten die Leistungsunterschiede mit einem nicht selbst erstrittenen Intellekt und Gewissenhaftigkeit zu erklären und damit die Gleichheit letztlich ideologiefrei zu begründen. Was halten Sie von solchen interessanten Argumentationsmustagen? Also, ich finde das ein äußerst interessantes Gedankenspiel. Ich fand es immer schon sehr ungerecht im Sport, dass ich für eine mäßige sportliche Leistung mich unverhältnismäßig anstrengen musste, während der Sportliche, der Schulkamerad, ganz ohne zu üben, viel weiter sprang, als ich, wenn ich hundertmal Anlauf genommen habe. Das war ungerecht. Und das muss jetzt aber natürlich sehen, was ist die Funktion von Leistung in der Gesellschaft? Wenn ich jetzt mal Ihren Gedanken auf ein populäres Gebiet auf den Fußballsport ausdehne, so ist es natürlich so, dass die sehr guten Fußballspieler natürlich in hohem Umfang angeborene Begabungen reinbringen. Aber wie würde wohl die Bundesliga aussehen, wenn man sagt, das machen wir jetzt nicht, sondern wir stellen jetzt den Kader von Bayern, der wird jetzt nicht zusammengestellt nach der Leistung, sondern nach der moralischen Anstrengung. Und wenn dann die Spieler mit der größten moralischen Anstrengung diejenigen sind, die dann im Tor stehen oder die Tore schießen sollen, dann wird es ein ganz anderer Fußball werden. Das heißt, wir sind ja alle darauf angewiesen, dass die Menschen auch in der Gesellschaft arbeitsteilig ihre besten Leistungen erbringen, weil aber natürlich das Problem, das sie beschreiben, objektiv besteht, haben wir ja den Sozialstaat erfunden. Der Sozialstaat sagt ja praktisch, also dem einen, der jetzt aus irgendwelchen Gründen, also dass er viel verdient oder im Leben Glück hatte, dem nehmen wir auch etwas weg über die Abgaben und über die Steuern mehr als dem anderen. Und dem anderen, der jetzt im Leben weniger begünstigt ist, obwohl er auch sich anstrengt und fleißig ist, dem geben wir was durch den Sozialstaat. Und dadurch wird praktisch das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, dass alle zu ihrem Recht kommen müssen, dann vereint mit dem Leistungsprinzip. Aber sowohl am einen wie am anderen Ende, wenn ich dieses einseitig mache, dann argumentiere ich am Ende ideologisch. Eine letzte Nachfrage und das, worüber wir gerade sprechen, ist auch hochaktuell, weil der Deutsche Fußballbund, der streitet ja selber, ob man die Frauen-Fußball-Mannschaft genauso hoch bezahlt wie die Männer-Fußball-Nationalmannschaft. Und ein letzter Versuch noch, und zwar will ich immer noch auf diese Frage, ist ideologiefreies Denken überhaupt möglich? Nochmal eine letzte Nachfrage dazu. Der kluge Marxist würde sagen, natürlich, der Herr Rasarzin hat recht, es macht keinen Sinn, in die Fußball-Nationalmannschaften ein paar Yachchenkos und ein paar Sarazins hinzustellen, die sich moralisch anstrengen, aber nicht Fußball spielen können. Die würden also auch die besten Spieler des Landes in die Nationalmannschaft reinstecken, die würden sie nur nicht hoch bezahlen, sondern wie damals meinem Heimatland der Sowjetunion, bekommt dann jeder ungefähr 160 Rubel, egal ob er Nationalspieler ist oder nicht. Das heißt, man erkennt die Leistungsunterschiede an, möchte aber allen trotzdem ein ähnliches Leben zur Verfügung stellen. Und deswegen nochmal die letzte Rückfrage. Der kluge Marxist wird trotzdem sagen, ja, das ist meine Ideologie, dass das Leistungsprinzip zwar honoriert wird, aber nur, dass die Spieler dort spielen können. Aber gehaltsmäßig sollen wir absolute Gleichheit haben, während Sie ja sagen, das Leistungsprinzip wird honoriert, indem wir ganz unterschiedlich die Fußballspieler bezahlen. Und das ist auch gut so, aber die ganz Armen, die sollen durch die Sozialhilfe und die Hartz-IV-Gesetze aufgefangen werden. Sind das nicht beides ideologische Argumentationen? Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, Ideologie und das Standpunkt sind, das sind unterschiedliche Dinge. Den Standpunkt, dass unverdiente Unterschiede jetzt das Leben nicht übermäßig bestimmen sollten, teile ich moralisch gesehen. Ich muss nur sehen, wie eine Gesellschaft funktioniert. In der Sowjetunion war das ja sehr einfach. Letztlich waren ja alle beim Staat angestellt und der Staat konnte dann mehr oder weniger nach seinem Gusto auch eben Löhne und Gehälter festsetzen. In der Marktwirtschaft ist dies zu Recht nicht so einfach. Und zwar kann man jetzt darüber ideologisch streiten, wie viel Geld jemand bekommt, der in einer Nationalmannschaft spielt. Nun ist es aber so, die Fußballspieler verdienen ja ihr Geld nicht in der Nationalmannschaft. Dort zu spielen ist eine Ehre. Sie verdienen ihr Geld in ihren jeweiligen Heimatvereinen und das, was die der Nationalmannschaft zahlt, ist ein Taschengeld. Insoweit ist es auch ganz egal, was der Deutsche Fußballbund hier tut, ob er das so oder anders macht. Es wird immer so sein, dass solange der Zuschauer in höheren Zahlen in der Spiele des Männerfußballs strömt und solange es dazu auch im Fernsehen höhere Zuschauerzahlen gibt, solange ist der Markt für Männliche, für Männliche, der Fußballspieler einfach ein anderer als für Frauen. Und das ist eine Tatsache und es ist keine Frage der sozusagen Gerechtigkeit. Ja, Herr Sarrazin, ich komme mal zu einer weiteren Idee aus dem Buch. Und zwar beschreiben Sie die Tatsache, dass dieses rationale, evidenzbasierte Denken in Deutschland gar nicht so weit verbreitet ist. Und vor allem an Schulen gibt es ja das Lesen und das Schreiben und das Rechnen, aber das rationale Denken wird einem in der Schule überhaupt nicht beigebracht. Und ich muss Ihnen auch was beichten. Meinen allerersten Kurs zur rationalen Argumentation hatte ich an der LMU München mit 21 Jahren belegt. Und das ist schon interessant, weil ja Deutschlehrer und viele andere Azubis durchaus auch Aufsätze schreiben müssen, wo argumentiert werden soll, durchaus auch Referate halten sollen, wo argumentiert werden soll, durchaus auch historische Quellen mal lesen, wo sie analysieren sollen, was, wer, wann, wo gemacht hat und warum. Gleichzeitig wird aber das Denken dazu, also das Werkzeug, wie ich meine Gedanken argumentativ aufbaue, gar nicht gelernt. Und wie gesagt, ich war nicht der schlechteste Schüler und trotzdem habe ich erst mit 21 einen Kurs belegt zum Thema rationalen Denken. Und in Ihrem Buch, das ist ja sozusagen ein großes Plädoyer für die Vernunft, für das rationale Denken, für die Evidenzen, für die Beweise und in unserer Ausbildung kommt es aber gar nicht vor. Ist das vielleicht auch ein kleines Problem in unserer Gesellschaft? In anderen Büchern bemängeln sie ja auch, dass unsere Kinder nicht klüger werden, vielleicht sogar dümmer werden und das Internet, das macht die Menschen ja auch nicht unbedingt klüger, sondern man klickt nur auf das, was man schon vorher denkt. Was halten Sie also von der Idee, gleich von der Grundschule, das kritische Denken oder das rationale Denken zu lehren? Und warum ist das bisher noch nicht umgesetzt? Also in einem wirklich, in einem guten Schulunterricht ist das rationale Denken enthalten. Zum Beispiel am Rechnen ist ja nicht nur die Rechenfertigkeit wichtig, dafür haben wir heute Taschenrechner, sondern es ist wichtig, dass wir logisch denken, dass wer sagt, wenn das A ist und das B ist und ich die Informationen von A und B zusammennehme, dann folgt daraus C. Oder wenn A so ist und B so ist, dann kann C daraus also nicht folgern und insofern lernt man natürlich in der Mathematik, dass der logische Denken oder wenn man den Physikunterricht hat, dann macht man Experimente und dann sieht man, dass eben kann man im Experiment überprüfen, ob eine bestimmte Annahme da empirisch zutrifft oder nicht. Oder in der also Biologie untersuche ich unterschiedliche Blütenformen und so weiter und an sich überall dort, dort wo ich die Naturwissenschaft betreibe, wenn es dort Fortschritte geben soll, geht es nicht ohne evidenzbasiertes Denken und der wirkliche Fortschritt in den Geisteswissenschaften findet genauso statt, wenn Sie meinetwegen einen der Historiker nehmen, der hat eine bestimmte Theorie, wie eine Kultur unterging oder wie sie entstand oder was die Einflüsse waren und plötzlich entdeckt er in irgendeiner abgelegenen Bibliothek, eine neuartige Quelle, eine bisher unentdeckte Schrift von Aristoteles oder und sieht auf einmal, dass seine Annahmen so nicht zutreffen, weil sie mit neuen, weil sie zu neu aufgetauchten Wirklichkeitszeugnissen in Widerspruch stehen. Also fängt er an und passt seine Theorie an. Genauso kamen wir als Menschheit von der biblischen Auffassung, dass die Welt 5000 Jahre alt sei und in sieben Tagen davon Gott erschaffen wurde, heute zu der Auffassung, dass das Weltall 8 bis 10 Milliarden alt ist und so wie auch der Mensch auch in einem ganz ermährlichen Prozess entstand und sich entwickelte. Und es ist ja typisch, ich führe ja auch als Beispiel an, ideologischen Denkens führe ich ja auch ein gewisses eng geführtes religiöses Denken an. Wenn zum Beispiel die überwiegenden Lehrrichtungen des Islam davon ausgehen, dass man den Koran wörtlich nehmen muss, so wird natürlich damit implizit oder auch explizit gleichzeitig die Evolution abgelehnt. Wenn amerikanische Evangelikale in der Tat behaupten, dass die Welt 5000 Jahre alt ist und dass es eine natürliche Evolution nicht gibt, dann ist das etwas ähnliches. Die entwickeln ja sogar eigene Theorien vom intelligenten Design, wo sie eben zu beweisen, versuchen, dass eben sich nicht meinetwegen das Auge durch Evolution entwickelt hat, sondern dass irgendein handelnder Gott das Auge gefunden hat und das Auge erfunden hat und dann den Menschen eingepflanzt hat. Das heißt, es gibt ganz große Versuche, die eigene ideologisch vorgefasste Meinung gegen die Wirklichkeit zu verteidigen. Und das ist genau diese Art Denken, die uns eben wissenschaftlich und erkenntnismäßig nicht weiterführt und wenn ich auf die Art der ganzen Gesellschaften führe, sind dann auch diese Gesellschaften leicht zum Scheitern verurteilt. Sie hatten eben ja den Fall der intelligenten Marxisten angeführt mit einer auch, ich fand, guten Argumentation, aber natürlich herrschten im Ostblock, im sogenannten Ostblock und in der Sowjetunion und in den Satellitenstaaten die verboten Marxisten und man sieht ja, wie eine in der Wirklichkeit nicht ausreichend fundierte Gesellschaftstheorie ganze Volkswirtschaften und der Gesellschaften ins historische Abseits führen kann. Ja, und ich will in keinster Weise Ich wollte in keinster Weise natürlich die Sowjetunion verteidigen, wobei unser kluger Marxist immer sagen kann, die Theorie von Marx und Lenin wurde einfach nicht perfekt umgesetzt und es bräuchte einen neuen Führer, der diese Gleichheit dann herstellen kann, aber lassen wir mal die Sowjetunion hinter uns. Ich habe auch interessanterweise was gefunden im Buch, was ich gar nicht erwartet habe, nach ihrem Plädoyer für rationales Denken und möglichst weite Abkehr von diesen Ideologien, seien es religiöse, traditionelle und sonstige Ideologien, schreiben sie, das Irrationale wird am Ende siegen. Und das hat mich echt überrascht, weil sie sind ja großer Fan der Aufklärung dieses logischen Denkens, evidenzbasierten Denkens. Gleichzeitig gestehen sie aber den Ideologien zu, dass sie sich durchsetzen werden. Und da ist die Frage, warum sind sie da eigentlich so pessimistisch, dass Ideologien am Ende schöner sind für die Menschen als das kalte Denken? Der menschliche Antrieb ist ja der ursprüngliche Lebensantrieb und er ist deshalb nach der Vorrational. Damit das Leben beginnt, das gilt auch für das bewusste Leben, ist es eben einfach da und es entfaltet sich und von daher entstehen auch unsere Motivationen und Motive, dass je nach unserer sexuellen Orientierung, die uns angeboren ist, lieben wir entweder Männer oder Frauen oder wir lieben sie beide und wir können nichts für unsere Antriebe und Gefühle. Wir können zwar ihre Ausübung beherrschen, obwohl die katholische Kirche zeigt, mit dem Zölibat, dass das eben bei ganz vielen auch nicht klappt, dass man die Ausübung einfach beherrscht, aber wir müssen uns am Ende unseren Gefühlen beugen und deshalb ist das Leben des Menschen ein ständiger Kampf zwischen seinen ursprünglichen Antrieben und auch die Wünsche, die er auf die Welt projiziert und der rationalen Erkenntnis der Welt und das geht mal so und mal so aus und je mehr Individuen und Gesellschaften in der Lage sind, praktisch ihre Impulse nicht zu verdrängeln, aber doch das so zu zügeln, dass die rationalen Überlegungen zugänglich sind, umso erfolgreicher werden sie sein. Das geht für Individuen zum Beispiel die Fähigkeit jetzt als Schüler zu sagen, also ich will ein gutes Abitur machen, ich will Arzt werden, ich will Journalist werden, ich habe Ziele im Leben und für diese Ziele im Leben setze ich mich eben jetzt hin und mache diese blöde Mathematikaufgabe oder ich setze mich hin und da lerne die Vokabeln in Englisch, Griechisch oder was auch immer, auch wenn es mir nicht passt. Wenn ich jetzt lieber als 13-Jähriger draußen Fußball spielen oder als 18-Jähriger mich mit meiner Freundin treffen würde, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, ich schiebe das auf, ich denke jetzt rational. Und deshalb ist der Kampf des Menschen zwischen seinen ursprünglichen Lebensmotiven und seinen Trieben und der und der rationalen Sicht auf die Welt ein Unauffehbarer, der immer wieder stattfindet. Und der findet ja nicht nur auf der individuellen Ebene statt, der findet ebenso auf der gesellschaftlichen Ebene statt. und das, was eben die Menschheitsgeschichte zeigt, je mehr wir in der Lage sind, die Welt rational und evidenzbasiert, das heißt, an den Tatsachen der Möglichkeit orientiert zu betrachten und uns danach zu verhalten, umso besser ist es für uns und umso besser ist es für den Umfang unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse, meinetwegen alle modernen Geräte und Maschinen ab der Erfindung von Pfeil und Bogen bis hin zum iPhone der neuesten Generation sind immer wieder eine Anwendung von rationalem Denken auf die Wirklichkeit. Also es gibt ein bisschen Hoffnung, dass dieser Fortschritt weitergeht und das Irrationale sich nicht immer durchsetzt. Eine vorletzte Frage, bevor ich einen Zukunftsausblick von Ihnen wissen mag, ist, Sie schreiben, das ist der vorletzte Kapitel oder das letzte Kapitel, auch etwas zur Ideologie der Ampelkoalition und ich glaube, das wollen auch viele ihrer Fans auch wissen, natürlich wollen Sie nicht alles verraten, die Leute sollen sich ja das Buch holen, aber vielleicht können Sie zwei, drei Punkte sagen, nach Ihrer Lektüre des Koalitionsvertrages, den Sie ja genauestens analysiert haben, wie viel Ideologie steckt in der Ampelkoalition? Ja, also ich fange mal mit folgendem an, mit der Biologie. Die Ampelkoalition fährt in ihren Texten und Programmen auf der Modeschiene, dass es letztlich ein biologisches Geschlecht möglicherweise gar nicht gibt, dass der Mensch sein Geschlecht frei wählen soll und sie vernachlässigt den Umstand, dass also 99 Prozent aller Menschen entweder als Männer oder als Frauen geboren werden. Natürlich, wenn jetzt jemand als Mann geboren wird, also biologisch gesehen, sich aber als Frau fühlt und sich deshalb operativ behandeln lassen möchte und auch seinen Namen ändern möchte, so ist das das Menschenrecht, dem man dann natürlich auch stattgeben muss. Aber ich kann daraus jetzt kein gesellschaftliches Prinzip machen. Wir hatten vorhin das Thema Fußball gehabt, Männer rennen nun mal im Durchschnitt schneller als Frauen. Das heißt, wenn die deutsche Frauen-Nationalmannschaft jetzt, also da Gerd Müller Geschlechts umwandeln könnte und bei sich laufen lassen würde, als Frau, hätte sie damit einen unfairen Vorteil. Das heißt, die Ideologie setzt die Tatsachen nicht außer Kraft. Dazu passt auch etwas anderes, nämlich das Familienbild der Ampelregierung. Natürlich sollen gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können. Das ist doch überhaupt kein Thema. Aber jetzt mich jetzt darüber auszulassen, ausführlich, dass beide Mütter bei einem weiblichen Paar gleichermaßen Mütter sein sollen, aber nichts dazu zu sagen, dass Mutter doch erstmal eine biologische Tatsache ist. Das ist schon typisch. Und es ist auch typisch, dass in dem gesamten Abschnitt über Familienpolitik nirgendwo im Zusammenhang von Vater und Mutter gesprochen wird. Das heißt, man will ein Familienbild haben, was seinem biologischen Ursprung praktisch entfremdet ist. Und genau zu dieser Biologiefeindlichkeit die Ampelregierung oder die Texte der Ampelregierung prägt, gehört ja auch ein anderer Fall, der schon fast ins komische Fach gehört, Nämlich dort steht im Ernst, dass letztlich die Politik das friedliche Zusammenleben von Wolf, Mensch und Weidetier fördern soll. Also wie das nun funktionieren soll, weiß ich nicht. Wir haben eine Katze, Katzen fangen Mäuse, gerade ehe sie kamen, lief unser Kater mit einer Maus im Mund rum, die wild vor sich hin zappelte, um sie sehr leid tat, aber das ist nun mal sein Kater sein, man wird Wölfe nie daran hindern können, das Schafe zu schlagen, wenn die Möglichkeit besteht, eine Welt, in der Wolf und Schaf friedlich nebeneinander leben, wie es die Ampelregierung erfordert, ist eben nicht von dieser Welt und letztlich, das ist so ein komisches Beispiel, wenn aber aus einem solchen Ansatz Politik gemacht wird, wird einem schon ein bisschen ängstlich und damit komme ich mal zum Ausgangspunkt unseres Gespräches, ja, letztlich Putin ist nun im internationalen Zusammenhang vielleicht eher ein Wolf und die deutsche Politik der letzten Jahre war darauf angelegt, ja, Wolf und Weidet hier friedlich nebeneinander leben zu lassen und wohin das geführt hat, haben wir ja gesehen. Und ich freue mich sehr und lieber Zuschauer, wir führen mit Herrn Sarrazin in ein paar Tagen ist das Interview online zum Thema Ukraine Krieg, aber noch eine Frage, Herr Sarrazin, hätte ich schon und zwar die Feinde der Vernunft und die Irrtümer der Ideologie, sie sind ja als Intellektueller natürlich immer am Denken, was wird in der Zukunft passieren. Deutschland schafft sich ab, haben sie ja teilweise Recht gehabt, viele ihrer Voraussagen, das haben wir auch im alten Interview nochmal eruiert, sind auch zugetroffen, manchmal sogar schneller als sie es vermutet haben durch die Flüchtlingskrise, wo sehen sie denn Deutschland und Europa in 30 bis 50 Jahren, das ist natürlich der Blick in die Glaskugel, aber vielleicht können sie uns zwei, drei voraussichtliche Entwicklungen mal schildern, egal ob das jetzt Migrationspolitik, Außenpolitik ist, suchen sie sich einfach was aus. Ja, letztlich, Sie haben ja schon die Stichworte genannt, in der Außenpolitik, die gleichzeitig Militär- und Verteidigungspolitik ist, müssen wir erkennen, dass letztlich nicht der Rest der Welt friedlich und freundlich gesonnen ist, nur weil wir selber friedlich und freundlich gesonnen sind, das könnte der Untergang Europas sein, in der Form, wie wir es kennen, das heißt, wir müssen wissen, wir brauchen eine robuste Militärpolitik und brauchen auch eine robuste Bündnispolitik. In der Bildung müssen wir erkennen, dass die Menschen eben nicht gleichbegabt sind, wir müssen die Begabungen, die bei uns sind, gezielt fördern, so sehr ich mich freue, wenn ein wenn jeder das, dass er mathematischen Fähigkeiten lernen kann, was er für seinen Beruf braucht, also mindestens die vernünftigen Grundrechenarten, müssen wir gleichzeitig wissen, dass wir ohne Informatik gar nicht sind und Informatik funktioniert nicht ohne ein sehr dezidiertes mathematisches Verständnis, das heißt, wir brauchen die Besten, wir müssen die Besten bestmöglich fördern, damit wir unsere Gesellschaft weiter nach vorne bringen und diejenigen, die vielleicht andere Begabungen haben oder keine Spitzbegabungen, auch die müssen alle optimal gefördert werden, damit das vernünftig funktioniert, ich meine, es ist doch völlig absurd, es kamen seit dem Jahr 2015 an sogenannten Beflüchteten, ohne die Ukrainer, das ist eine neue Entwicklung in diesem Jahr, 1,5 bis 1,8 Millionen Menschen zu uns, meistens, meistens der junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahre, zuerst dachte man ja, es seien alles syrische Ärzte oder ähnliches und jetzt stellte man fest, als jetzt die Engpässe waren bei der Gepäckabfertigung auf verschiedenen Gefluchhäfen, fand sich offenbar niemand unter diesen jungen Männern, der nun an den Gepäckbändern behilflich sein konnte, weil es ihnen an der Voraussetzung fehlte, Sprachkenntnissen oder anderem, also versuchte man jetzt diese jungen Männer in der Türkei zu finden, wo sie aber auch in der Eile nicht zu finden waren. Das heißt, man hat sich hier nach der Illusionen gemacht und diese drei Dinge, also der Verteidigungspolitik, Bildungspolitik, künftige Einwanderungspolitik können, wenn man sie so oder so sich entwickeln lässt, natürlich dazu führen, dass die westlichen Länder dauerhaft wirtschaftlich niedergehen, sich militärisch nicht wehren können und auch relativ an Wohlstand verlieren oder wenn man sich der Gefahren bewusst wird und in der Tat versucht, Potenziale zu heben, müssen wir auch in der Lage sein, uns als älter werdende Gesellschaft mit wenig Geburten in der Welt zu behaupten. Das hängt von uns ab. Ein schönes Schlusswort, Herr Sarrazin und lieber Zuschauer, eine ganz klare Leseempfehlung von mir, Die Vernunft und ihre Feinde jetzt neu erschienen im Langmüller Verlag. Schönes Buch mit ganz, ganz vielen Fußnoten, sehr sachlich argumentiert wie immer. Den Link findest du unten in der Beschreibung und ich würde mich freuen über Kommentare von dir. Hat dich, Herr Sarrazin, überzeugt mit den Argumenten? Was würdest du vielleicht etwas anders sehen? Oder ist Denken ohne Ideologie überhaupt möglich? Schreib mir das auch unten in die Kommentare, abonnier den Kanal und freu dich auf Interview Nummer 2 zum Thema Ukraine-Krieg und die Meinung von Herrn Sarrazin. Bis bald, dein Blatt.